Das zu veräußernde Mehrfamilienhaus steht in Winterberg. Die im Jahr 1980 erbaute Immobilie wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Haus verfügt über drei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 2300 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 714 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 249.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017